Musik Heute möchte ich mit Maria mich auf den Weg machen, hin zum Gartengrab in Jerusalem, um mit ihr das Seltsame zu erleben. Jesus ist nicht mehr da. Das Grab ist leer und keiner konnte sich das erklären. Jetzt stand Maria hier in der Nähe des Grabes und es gab für sie kein Halten mehr. Sie weinte bitterlich. So viel Traurigkeit, Verzweiflung, Ungerechtigkeit. Alles, was die letzten Tage und Stunden passiert war, zu viel. Ihr Jesus, der in ihrer Familie so viel Gutes getan hat, war tot, hingerichtet. Und jetzt? Johannes schreibt im 20. Kapitel folgendes. Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sie zwei Engel in weißen Gewännern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Maria meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sag's mir. Wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Da spricht Jesus zu ihnen, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabbuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr an, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Da wird plötzlich aus einer Trauergeschichte eine Hoffnungsgeschichte, eine Freudengeschichte. Da wird aus einem ganz traurigen Menschen plötzlich ein hoffnungsvoller, lebensfröhlicher, mutiger Mensch. Natürlich überwiegt zunächst die Trauer. Sie steht da und weint, die Maria. Sie weint, weil sie so viel Elend erlebt hat, das Wertvollste ist aus ihrem Leben verschwunden. Was soll sie jetzt noch tun und denken und machen? Ich denke, dieses Gefühl von Maria ist ein Lebensgefühl, das wir bis heute kennen. Was aber genau reißt Maria aus ihrem Leid? Was trocknet hier am Gartengrab ihre Tränen? Das ist eine seltsame Begegnung. Mit den Engeln können sie anscheinend nicht viel anfangen. Dann kommt es zu der Begegnung zwischen Maria und dem Gärtner, der doch Jesus ist. Aber sie erkennt Jesus nicht. Aber das fand ich interessant. Jesus als Gärtner. Gott als Gärtner. Dürfen wir uns Gott am Grab als Gärtner vorstellen? Was ist denn ein Gärtner? Ein Gärtner hegt und pflegt zunächst die gute Saat, die ausgestreut wurde. Und dann fällt die Saat auf den Boden und der Gärtner kümmert sich drum. Sodass es wachsen kann. Dass Neues entsteht. Frucht kommt. Wir meinen, es ist vorbei. Es ist abgestorben. Wir sehen nichts mehr. Und plötzlich kommt aus der Saat, die der Gärtner ausgestreut hat, völlig unverhaft Neues. Neues Leben. So dürfen wir uns Gott vorstellen. Auch in der tiefsten Trauer. Gott als Gärtner. Ich lade Sie ein, neu über Gott zu denken. Stellen Sie sich Gott gerade an den vielen Gräbern in Ihrem Leben als Gärtner vor. Und wie viele Gräbern müssen wir in unserer Biografie schon hegen und pflegen? Wir mussten so viel begraben von Hoffnungen, von Wünschen, von Visionen. Gott als Gärtner. Wir meinen, es ist schon so viel vorbei. So viel abgestorben. Aber der Gärtner kann sich drum kümmern. Denken Sie daran, wie aus einer Trauergeschichte eine Hoffnungsgeschichte werden konnte. Und wie das auch bis heute passieren kann. Denn Gott kommt in unsere Welt als ein Gärtner. In diesem Sinne, Gott segne Sie. Shalom.